Hallo und willkommen zu einem neuen PayPal Update. Ja, einfach mal ein kurzes Update. Zwischendurch hat sich nicht viel getan bei PayPal. Er quält sich nach oben. Er quält sich nach oben, der Gute. Ich möchte auch nur auf den kurzfristigen Chart eingehen, denn es gibt jetzt nicht so viel Neues. Allerdings bewegt er sich hier natürlich nach oben. Hat auch auf den Unterstützungs- bzw. Trendwendebereich reagiert. Hatten wir ja zwei. Einmal diesen gelben, der etwas größer war und hier für diese größere Welle 2 relevant war. Vielleicht immer noch relevant ist, wenn wir jetzt hier nochmal in die Unterstützungszone eintauchen, dann ist es nach wie vor die Unterstützung bei 53,70 Dollar, wo ich halt sagen würde, okay, vermutlich kriegen wir doch nochmal ein ganz neues Tief. Denn aktuell tendiere ich ja dazu zu sagen, das Tief war drin hier im Oktober. Dann wäre das ein Fünfteiler nach oben in einer Welle 1. Und dann wäre das halt hier der Dreiteiler nach unten in der Welle 2. Oder wir kriegen nochmal eine Bewegung nach unten, sollten dann aber die 53,70 Dollar wirklich halten. Wenn es wie gesagt da drunter geht, das wäre dann die bärischere Alternative, dann gäbe es vielleicht nochmal ein marginal tieferes Tief, vielleicht so in dem Bereich Mitte 40 Dollar. Da ist so ein Gap auf dem Chart, auf dem Daily, wo man sagt, okay, dann könnte er vielleicht da nochmal Unterstützung finden. Er muss es halt nochmal probieren. Jetzt ist er ja schon dran hier, seit Oktober eigentlich zu versuchen, hier einen Boden auszubilden. Das ist ja ein Prozess, so eine Bodenbildung. Und wir haben ja diesen ersten Fünfteiler nach oben, der ist nicht so schön, deswegen ist es nicht irgendwie, dass ich sage, ich bin da voll überzeugt, aber ich tendiere halt dazu. Deswegen tendiere ich eher auf die Long-Seite zu gehen hier im Moment. Gerade auch aus Chance-Risiko-Aspekten übergeordnet, ja. Und das ist halt so die Geschichte hier aktuell bei PayPal. Und dann geht es halt darum zu verstehen, in der Mikro-Ebene, wo stehen wir denn da? Ja, weil die Mikrostruktur erzählt uns ja zuerst die Story, erzählt uns ja zuerst, okay, hält er jetzt die Unterstützung oder bricht er? Und sind irgendwelche Warnsignale jetzt hier? Also ich muss sagen, überzeugend tut mich das noch nicht. Das kann sich natürlich ändern. Das heißt jetzt nicht, dass ich alles über den Haufen werfe. Ich bin einfach mit ein bisschen, ja, ich bin einfach nicht so überzeugt hier gerade, was er hier so abliefert. Hat jetzt hier auch so eine Trendlinie. Da kommt er gerade so zum Scheitern. Das kann man nochmal beobachten und muss halt jetzt in der dritten Welle im nächsten Schritt hier erstmal so eine Welle 1 ausbauen. Ich habe das jetzt nicht komplett durchgelabelt, aber das wäre im Endeffekt ja jetzt hier so die perfekte Struktur. Man sagt, wir hatten hier den Boden einer Welle 2. Er muss aber jetzt wieder den nächsten 5 Teile ausbauen, um uns zu beweisen, dass wir jetzt eben wirklich auch weiter in Richtung dieser großen Römisch 3 laufen. Ich füge hier gerade nochmal so einen Wellengrad ein, dass man mal sieht, wie das hier funktionieren sollte. Dann wäre das nämlich jetzt hier so die Idee. Dann wären diese 5 Wellen, die sich jetzt vielleicht gerade bilden, wiederum die übergeordnete 1. Und da ist es halt so, also die 1 der übergeordneten 3. So, und dann müssten wir jetzt erstmal schauen, dass wir hier so eine kleine 3 der 1 ausbauen. Dann, da haben wir die nächsten Widerstände bei 62 Dollar, 63,20. Normalerweise hätte ich gern, dass so eine dritte Welle mindestens mal an das 1,236 Extensionsniveau läuft. Okay, vielleicht die 100% akzeptabel, aber eigentlich eher zu schwach. Also schauen wir mal, ob wir die 63,20 Dollar mal mindestens hinbekommen. Dann ein höheres Tiefhalten in der Welle 4 und dann noch ein weiteres Hoch in der 5. Vielleicht an die 64 Dollar besser, die 65 Dollar. Damit hätten wir dann wiederum diese 1 fertig, können dann in der 2 nochmal ein Rücksetzer machen. Und dann könnte es so entsprechend weiter nach oben gehen, ja. So wollen wir das eigentlich sehen. Und dann soll eigentlich Römisch 3 auch wiederum natürlich mindestens mal das 1,236 Extensionsniveau erreichen. Und da sprechen wir über die 81 Dollar. Also da ist schon Luft nach oben, aber er muss halt auch jetzt die letzten Tiefs halten. Diese Mikrostruktur, die ich jetzt tracke, wenn die bricht, bricht jetzt erst noch nicht die übergeordnete Annahme. Wäre natürlich ein Schlag, ja, für diese. Aber wenn jetzt zum Beispiel hier in der Mikrostruktur, die ich hier aufgezeigt habe, ein Bruch unter die 57,20 Dollar geschieht. Ja, dann müsste ich hier diese Mikroebene rausnehmen. Dann wäre halt die Welle 2 noch am Laufen. Müsste dann unter 53,70 aber sagen, okay, die weiße Struktur, diese Annahme, dass wir tatsächlich im Oktober ein Tief gefunden haben. Die muss revidiert werden, dass das ist für, also laut Elliott Wave aus objektiver Sicht dann auch die objektive, das objektive Niveau. Wenn das bricht, muss ich sagen, ja, die gelbe Struktur ist am Steuer. Offizieller Invalidierungspunkt eigentlich erst hier unten bei 50,20 Dollar im Oktober Tief. Aber wir wollen ja eine Warnung vorher haben. Also das nur ein kurzes Zwischenupdate zu PayPal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr uns bitte ein Like da lassen, ein Abo und einen Kommentar. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.